Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Bei mir auf dem Kanal seht ihr immer die neuesten Vergleiche. Das Angebot an Gasdurchlauferhitzern ist sehr groß. Welche Funktionen sind wichtig und auf welche Leistung kommt es an? Diese Fragen beantworte ich euch heute. Denn ich stelle euch jetzt die Top 7 der besten Gasdurchlauferhitzer für sowohl den Innen- als auch den Außenbereich vor. Und wie ihr es bereits von mir gewohnt seid, erläutere ich euch die wichtigsten Funktionen und Eigenschaften der einzelnen Modelle. Alle vorgestellten Produkte sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Aktiviert gerne die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ich ein neues Video hochlade. Lasst uns nun mit dem Video beginnen. Also lehn dich zurück und viel Spaß mit dem heutigen Video. Mit dem Camplux Durchlauferhitzer hat man jederzeit und überall Zugang zu endlos heißem Wasser auf Knopfdruck. Der Wasserdruck zum Starten der Zündung beträgt lediglich 0,25 Bar, wodurch sich der Boiler ideal für Campingplätze oder Wohnmobile mit niedrigem Wasserdruck eignet. Zusätzlich punktet das Gerät mit einer effizienten Energieklasse. Der 10 Liter Gasdurchlauferhitzer ist europaweit zertifiziert und bietet diverse Schutzmechanismen wie zum Beispiel einen Flammenausfallschutz, Überhitzungsschutz und einen 20-minütigen Sicherheitsabschaltschutz, um ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten. Dank einer Regenschutzhaube kann dieses Gerät mühelos im Freien aufgestellt werden, ohne die Sorge, dass Niederschlag, Blätter, Insekten oder andere Risiken in den Warmwasserbereiter eindringen und dessen Haltbarkeit beeinträchtigen. Die Zündung erfolgt durch 2D-Zellenbatterien, was es ideal für Orte abseits des Stromnetzes macht. Insgesamt ist der Gasdurchlauferhitzer sehr effizient und eine gute Wahl. Dieser Indoor-Eco-Durchlauferhitzer eignet sich perfekt für den Einsatz im Innenbereich und liefert eine beeindruckende Leistung von 11 Litern pro Minute. Egal in welcher Umgebung man das Gerät installieren möchte, dieser Durchlauferhitzer ist die ideale Lösung für schnelles und einfaches Warmwasser. Mit seiner hohen Leistung ist er besonders für den Abwasch oder eine schnelle Dusche geeignet. Der Boiler arbeitet mit offen modulierendem Propangas und ist äußerst energieeffizient, da das selbstregulierende Ventil die benötigte Energiemenge regelt. Zusätzlich gibt es einen Gassparmodus, der in den wärmeren Monaten für eine noch höhere Effizienz sorgt. Dieser Durchlauferhitzer ist für den Einsatz mit Misch- und Thermostatarmaturen geeignet und kann bei einem Wasserdruck ab 0,2 bar verwendet werden. Die Bedienung des Durchlauferhitzers ist einfach und komfortabel. Sowohl die Gaszufuhr als auch der Wasserdurchfluss kann manuell und einfach gesteuert werden. Dieses Modell ist ideal für den Innenbereich geeignet und bietet eine beeindruckende Durchflussleistung von 13 Litern pro Minute. Der C-Meister ist ein zuverlässiger Warmwasserdurchlauferhitzer mit einer konstanten Durchflussleistung. Die Steuerung der Temperatur erfolgt mittels Thermostate, welche automatische Sicherheitskontrollen an der Wasserheizung aktivieren, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Das Gerät ist mit einer digitalen Anzeige und einer benutzerfreundlichen Touchbedienung ausgestattet, sodass die Temperatur einfach auf dem Display eingestellt werden kann. Das Modell eignet sich nicht nur als Ersatz für den alten Warmwasserbereiter, Küche-, Bad- oder Duschdurchlauferhitzer, sondern auch als neue Warmwasserversorgung in der Wohnung, einem Ferienhaus, einem Tiny-Haus oder Mobilheim. Das Gerät ist ein ausbalancierter, raumluftunabhängiger Durchlauferhitzer und ist die sicherste Art der Gas-Wasserheizungen auf dem Markt. Der Frischlufteinlass kommt von außen und die Abgase werden nach außen gedrückt. Dadurch ist es möglich, den Wassererwärmer in einem Raum ohne Einschränkungen einzubauen. Egal ob beim Campen, Autowaschen oder Duschen, der tragbare Durchlauferhitzer der Marke Klima ist perfekt für diese Aufgaben geeignet. Alles, was man dafür braucht, ist ein fließender Wasseranschluss und eine Gasflasche. Und schon hat man angenehm warmes Wasser im Handumdrehen. Der mobile Durchlauferhitzer von Klima ist genau das Richtige, um auf eine unkomplizierte und schnelle Weise Zugriff auf heißes Wasser zu erhalten. Dieses Gerät bietet eine Leistung von bis zu 5,5 Litern Wasser pro Minute. Dank der Verbindung zu einem laufenden Wasseranschluss steht stets angenehm warmes Wasser zur Verfügung. Die Wassertemperatur lässt sich auf bis zu 70 Grad erhöhen. Eine leuchtende LED-Anzeige informiert dabei über die gewählte Wassertemperatur. Mithilfe der beiden Regler an der Vorderseite kann man die Temperatur des Wassers mühelos anpassen. Der Indoor-Gasdurchlauferhitzer ist ein effizientes Modell, das im Innenbereich installiert werden kann und eine beeindruckende Durchflussrate von 14 Litern pro Minute bietet. Dieser Durchlauferhitzer arbeitet mit Propangas und verfügt über ein selbstregelndes Ventil, das die benötigte Energiemenge zur Erwärmung des Wassers steuert, wodurch eine erhebliche Energieeinsparung erzielt wird. Zusätzlich gibt es einen Gassparmodus, der in den wärmeren Monaten den Gasverbrauch reduziert. Der Indoor-B14-Eco ist ein offenes, modulierendes Modell, das zuverlässig und energieeffizient arbeitet. Der Gas-Warmwasserbereiter arbeitet mit einem Wasserdruck von 0,2 Bar. Zudem ist das Gerät ein Gas-Warmwasserbereiter vom offenen Typ. Die automatische Zündung arbeitet mit einer Batterie und beginnt zu funktionieren, sobald Wasser durch das Gerät fließt. Einmal installiert, müssen Sie sich nicht mehr um das Gerät kümmern. Um während des Campingausflugs eine heiße Dusche zu nehmen, am Strand zu duschen oder Haustiere zu waschen, ist Thermomate die beste Wahl. Der Gas-Warmwasserbereiter kann 12 Liter Warmwasser pro Minute liefern und eignet sich hervorragend für Camping-, Wohnmobilfahrten, netzferne Bereiche oder überall dort, wo Sie Warmwasser benötigen. Mit mehreren Schutzfunktionen konfiguriert ist die Sicherheit Ihrer Familie gewährleistet. Sobald Sie das Wasser einschalten, wird der Warmwasserbereiter innerhalb von 5 Sekunden gezündet. Mit einem Start von 0,25 Bar Wasserdruck, der von 2D-Zellenbatterien gezündet wird, eignet es sich hervorragend für Campingplätze, Wohnmobile und andere netzferne Bereiche. Das Gerät enthält das meiste notwendige Zubehör für eine schnelle Installation. Dank des leichten und kompakten Designs ist es leicht, überall hin mitzunehmen. Insgesamt ist das Modell mit grundlegendem Installationszubehör ausgestattet, das einfach und bequem zu bedienen ist. Mit der LED-Temperaturanzeige kann man die gewünschte Temperatur ganz einfach einstellen. Dieses Modell ist ein leistungsstarker Kompaktdurchlauferhitzer mit einer Leistung von 12 Kilowatt. Er eignet sich hervorragend für eine erfrischende Dusche und kann pro Minute bis zu 6 Liter Wasser erhitzen. Besonders praktisch ist, dass er mit Propan betrieben wird und somit ideal für den Einsatz im Freien, in einer Gartenlaube oder auf dem Campingplatz geeignet ist. Er verfügt über eine unkomplizierte Installation und Handhabung. Die kompakte und leichte Gasdusche lässt sich mühelos überall hintransportieren. Mit den beigefügten Montagesets kann sie problemlos am Anhänger, Wohnmobil, Wohnwagen oder sogar am Auto angebracht werden. Die LED-Temperaturanzeige informiert dabei präzise über die Vorlauftemperatur, was dabei hilft, die optimale Duschtemperatur einzustellen. Mit einer praktischen Regenhaube ausgestattet lässt sich die Gasdusche problemlos im Freien installieren, ohne dass Regenwasser oder andere Gefahren in das Gerät eindringen können. Dank der robusten Konstruktion und dem Schutz vor Blättern und Insekten wird die Lebensdauer des Produkts verlängert. Die Zündung erfolgt mit Hilfe von 2D-Zellenbatterien und ermöglicht den Einsatz als Backup-Lösung in Bereichen ohne Stromversorgung. Das war's mit dem heutigen Video der 7 besten Durchlauferhitzer für den Innen- und Außengebrauch. Die Links zu den jeweiligen Produkten findet ihr wie gewohnt in der Videobeschreibung, falls ihr mehr zu einem der Modelle wissen wollt. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like freuen und bin auf eure Kommentare sehr gespannt. Abonniert gerne auch den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal!